So, da hängen jetzt sieben Polizisten oder so an dem einen Mann und hängen dann den Hebel. Leute, ihr müsst mal ein bisschen in die Muckibude gehen. Hey, sollen wir euch helfen? Haha, sollen wir euch behilflich sein? Schlagstock, ja, oder? Schlagstock! Nee, nee, das geht voll nicht, gell? Schlagstock weg! 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 Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Jawohl, freak out! Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich! Die wollen sterben, die Leute! Der Freibus! Der Freibus! Der Freibus! Hallo! Jetzt tun die Leute kaputt! Mach auf! Der ist schon blass und schützen! Ja, ihr seid schon schützen! Was macht ihr? Den geht's nicht gut, den Mann! Wacht auf! Den geht's doch nicht, oder? Ja, ich glaub der tut's! Wohin? Jetzt kommen sie schon wieder von allen Seiten! Was ist mit erster Hilfe? Der Mann braucht Hilfe! Ja, gib's ihm Hilfe! Der Mann braucht Hilfe! Der Feigus, der liegt am Baum! Der Feigus, der braucht Hilfe! Ich möchte ihm gerne helfen! Oder darf ich das nicht? Ja, und wo ist der? Wo ist denn der? Muss ich immer ein Arzt sein, dass jemand was helfen kann, oder? Muss ich immer ein Arzt sein, dass jemand was helfen kann? Muss ich immer ein Arzt sein, dass jemand was helfen kann? Oder muss ihr eine Studie lesen, dass sie weiß, dass die Maske nicht gut ist? Also, Entschuldigung, was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ja, natürlich darfst du, Mann. Freilich darfst du. Der darf. Der darf. Lass den Mann durch. Lass ihn 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 durch. Was ist denn mit euch? Das ist eine Unverständlichkeit. Die Bilder werden durch die Welt gehen und er hat ein Gesicht, das ist mittendrin. Gut, dass Sie hier Masken aufhaben, sonst darf man sie erkennen. Das ist eine bodenlose Freckheit. Das ist eine bodenlose Freckheit. Lass ihn durch. Lass ihn durch. Wichtige Sekunden, Sie können auf der Scheiße euer erster vergangenen Durchgabe. Ich habe da Widerstandsrecht. Ich habe da ein Recht auf diese Erde vorgelegt. Ihr dürft Widerstand leisten. Nein, nein. Solange es dem nicht gut geht, dem soll es gut gehen. Nein, nein, das ist der Kompromiss. Das ist der Kompromiss. Das sagt, dass wir bei Ernstheit und gehen wir einen Schritt zurück, okay? Das ist unser Mitbürger und unser Freund. Ja, aber wir wollen sehen, dass der kommt. Wir wollen sehen, dass der kommt. Einen Moment. Einen Moment. Ja, okay, jetzt kommt er. Okay. Ja, nein, ist okay. Ist schon okay. Wir haben Platz. Weiterlaufen, bitte nicht auch lange. Sie müssen doch, es müssen doch Abstand halten. Ja, aber Sie können mir nicht auf mich zuhören, nicht auf Sie, wo Sie in der Kase. Ach so, und Gott, deswegen darf man so etwas. Ja, das ist aber nicht das aktuelle Gesetz. Dann sind Sie scheinbar nicht so gut informiert. Dankeschön. Wie können Sie das vereinbaren, wie Sie vereinbaren, was er hier macht? Wohin? Wie können Sie das vereinbaren, wie Sie vereinbaren? Wohin? Ja, aber Sie müssen nicht auf mich zuhören, nicht auf mich zuhören. Ja, voll, was soll denn das? Sie gehen nicht mehr auf mich zuhören. Sie dürfen meine Grundrechte verletzen. Sie dürfen jetzt im Moment gerade meine Grundrechte verletzen. Ich möchte mich auf die Verfassung berufen. Wenn Sie den Mann lassen, dann lassen Sie sich nicht sterben, das ist wichtiger. Genau. Lassen Sie sich nicht sterben, ihr habt schon recht. Ja, Leute, auch. Nach Klubzäck auf Trüfer. Jawohl. Der Sanker muss ja auch erst einmal die Kriege holen. Gute Fick. Genau. Dieser Mann ist Ersthelfer. Der und er wurde nicht durchgelassen. Unterlassen wir Hilfeleistung. Genau, so ist es. Unterlassen wir jetzt kriminelle Leute. Lieber die Körperkriminelle. Lassen Sie bitte die Dame in Ruhe und einfach da sitzen. Was ist denn mit euch? Einfach wieder weitergehen. Was ist denn mit euch? Auch Sie, würde ich bitte einmal aufzustehen, ja? Mit Menschen bitte nach vorne. Wie bitte? Was hat mir vorgebracht? Das ist ja eine unerlaubte Ansordnung. Hey, Frau, komm, setzen wir uns halt dazu. Ja, aber Sie haben keinen Abstand zueinander. Ja, aber Sie haben keinen Abstand zueinander. Völlig haben Sie Abstand. Völlig. 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 Gehen Sie bitte weiter. Ja. Ja. Trauriger Schritt für die Menschheit. Ja. Trauriger Schritt für die Menschheit. So, der Mann ist jetzt beim Sanker auf der Liege. So, der Mann ist jetzt beim Sanker.